Yo Leute, willkommen wieder zurück zu Spark Challenge und der Spasti redet bei mir rein! Hallo, der Flash! Ja? Ach, Centus, ja okay. Ja, Mama. Centus, wir suchen jetzt zusammen eine Katze. Boah, leckt das. Warum leckt das so? 2FS? Vielleicht musst du erst mal 7 Minuten Pause machen. Ich habe keine Rückmeldung von Minecraft. Ist Minecraft bei dir abgeschmiert? Oh ja. Cool. Ist halt so, ne? Ja, Minecraft ist gerade abgeschmiert. Oh, dann ist das halt so. Oh, Minecraft hat sich geschlossen. Aber ich benne jetzt nicht meine Aufnahme. Ne, fixe Problem. Egal. Oh. Ja, ist halt so. Ich glaube, du warst ihm zu übermütig. Ja. Naja, einfach direkt rein und weniger Minuten. Scheißdub. Mach der nicht. In your kids. Aber jetzt muss ich Musik anmachen. Wie ist der mich dann ausgegangen? Der macht Musik an. So. Da hab ich nur wundert. Hab gejoint und dann... Ja. Ist halt so. Boah, Zendus, ey. Geht zum Arzt. Ne, ich hab mich grad verschluckt. Ja, guck. Weil du wieder diese komischen Sumpenkracher da gegessen hast. Ich hab was getrunken, du Affe. Ja, genau. Ja. Beim Wasser... Mit Wasser kann man sich nur ertränken. Na, das tust du ja auch. Ne. Das versuchst du. Ne. Ach, nein. Doch. Ha. Nein. Doch. Doch. Oh, Mann. Voll die Minutenverschwendung. Oh, Mädel. Kauf dir mal einen neuen Hals. Nö. Nee, komm dir am besten gleich einen neuen Kopf oder so. Du mich auch. Arschloch. Danke fürs Kompliment. Bitte schön. Aber wein bitte gleich nicht, okay? Ich weine immer gerne nach Aufnahme. Ja. Das war grad der Richtige. Unsere kleine Memme. Ich hab halt Gefühle. Du. Aber nicht für dich. Und seit wann hast du Gefühle? Ich hab immer Gefühle. Okay. Glaube ich dir nicht. Na, okay. Na, okay. Miau, 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 miau. Ja, wenn ich mal einen Miau, miau finden würde. Ich ändere gleich mein Ziel einfach. Ich ändere das einfach. Das magst du einfach um. Ja. Das kostet mich an. Und was willst du das denn umändern? Hund oder Katze. Ja. Ist klar. Mann, das ist doch nicht wahr. Ja. Dieser Schummler, Leute, ne? Ne. Sag ich mal schummeln? Dann will ich mir eine Mini-Map draufziehen. Ja. Ich geh ins Nether. Viel Spaß. Wohl. Braucht meine Schaufeln und meine Axt nicht. Meine Schaufeln und Axt brauche ich ja nicht. Doch. Du sagst immer eben Soulcent noch. Damit du den Wizard besiegen kannst. Habe ich davon nicht genug. Kann ich auch mit dahinter bauen. Kannst du glaube ich auch. Einen habe ich davon. Na, guck. Brauchst es gibt vier Stück. Kannst du mal mit einsammeln. Ja. Zwei. Habe ich. Brauchst immer noch zwei. Ja. Ach ja. Ja. Und Wizard-Köpfe brauche ich. Wizard-Köpfe brauche ich. Ein, einen habe ich ja schon. Zwei fehlen nur noch. Boah, jetzt ein sowas. Ehrlich. Na, sei froh dass du mit dem Wizard ein einfaches Problem machst. Ja. Statt mit scheiß Katzen sich hier rum zu ärgern. Haha. Die flitzen ja auch nicht, weil sie massen. Oh nein. Tun sie auch nicht. Und wenn du sie findest, dann findest du manchmal doch zwei Stück. Ja schön. Aber auch nur wenn du sie findest. Ja. Jetzt habe ich meinen Magma Cream und da unten ist so ein riesen Magma Slime. Ja, kriegst aber auch nicht mal welche. Nö. Rauch. Tschüss. Jetzt ist es weg. Ist in die Lava gesprungen. Ja. Die laufen nur eine Richtung, weil die dumm sind. Nö. Ah. Wuff. 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 Komm her. Mietz. 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 eigentlich geben nur fleisch hier habe ich jetzt gegeben aber hat das dann nicht so ein halsband und sitzt sich das nicht vor dich oder so ja aber das spackt manchmal ein bisschen manchmal ein bisschen aber jetzt habe ich keine pfeile mehr scheiße weil die alle bei den gast verballert schon ein bisschen verballert oder ja besonders scheiß wenn man kein infinity geruch hat nicht da kommt irgendwo schon wieder ein gast naja aber mit fisch oder gekochten fisch normalen fisch mit dreht sich aber nur im kreis und macht nur herzchen das ist doch eigentlich damit die sich verlieben aber nicht dass es einen gern hat nein du musst echt fisch geben zum dass die dich mit rohn fisch ne ja aber nur rum für das war ja aber das macht und zeigt nur herzen auch sonst hat auch immer ein halsband um normalerweise wenn die herzen ist das ja eigentlich richtig wenn die herzen gezeigt werden dann hast du dir und dann kannst du die aber die haut dann immer von mir ab wenn ich näher komme komisch vielleicht wird das bei dir nicht vielleicht mag ist technisch egal ich ziehe das jetzt als ziel ich habe mir mit gefunden ich habe der fisch gegeben ich kann mich mal jetzt am super lee lecken und zucker lee scheiß katzen viel naja der flash der spinnt kann mich doch nicht einfach hier verarschen die ganzen cast hier ne echt drei stück schule drei verdammte gas ich habe was anderes zu tun als scheiß mit zu sein zu fangen heikast hallo hallo gast warum bewegt die scheiß fischer die ganze zeit ehrlich das ist jetzt das ziel ist gewertet was deine hose ist das nein eigentlich nicht das ist aber unfair es muss dir wirklich hinterherlaufen das fiel halt die fresse nein halt ich nicht zählt nein da kein spielverderber doch für mich zählt das nicht ach egal ich habe nämlich jetzt gefunden schön zum geier hier ich brenne ich stehst du genau so voll durchs teuer gelaufen wo das kam gut geflogen eben ehrlich jetzt hänge ich hier und habe keine pfeile um das gas zu schießen das hatte ich darauf steck und halt das gleiche toll wo auch da oben ja ne am arsch schützt mich fahrt wo kommen denn die ganzen gas jetzt mit dann einmal her fick dich doch boah ey ist das schlimm grad boah ich brauche Wizzerskelette da sind welche aber das scheiß ist die draußen zu töten hey Wizzerskelette kommt mit kommt bei Fuß schön dass wir drin gehen dass die nicht runter fliegen zack ey die brauchen bestimmt einen gebratenen Fisch ey nein brauchen die nicht brauchen ganz normale Fische rohe Fische egal welchen Fisch ja sicher eigentlich ja was hast du denn für einen normalen Fisch ja und das reicht ja eigentlich ja das sagst du es hat schon zwei stücke gegeben Pech achaschlein ja nein und die Herzen sind dafür da eigentlich dass sie zum Paaren bereit sind weißt du doch ja deswegen ja also da ist irgendwas falsch mit der Aussage nein da gehört dir das Fisch schon nein doch du würdest aber nicht immer wegrennen doch ich pack wahrscheinlich rum ja deswegen ja wundere ich mich ja deswegen sag ich ist ja das Ziel gewertet eigentlich ja eigentlich wenn das Herz eigentlich aber auch nicht wenn das Herz auch weiß dann mag es mich schon ja ne ja wie ist das glatt komm her komm bei Fuß ja du hässliches Fisch musstest du da runter springen jetzt Electric Ding das Ding du dich mit wär Theme du ideology du 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 Mann . Das ist die Rotzi-Katze jetzt hingegangen. Die Rotzi-Fotzi-Katz. Ach, da ist ein Dome-Slime. Scheiße. Uh, scheiß Magma-Slime. Flick dich doch ins Knie. Jetzt kommt noch ein Wider-Skelet. Und ganz viele Magma-Slimes. Die kill ich doch jetzt. Ja, toll. Was habe ich bekommen? Magma-Slime. Ja, hier eine Festung drin, ne? Ich sag jetzt nichts. Ich sag auch nichts dazu. Ja, noch Magma-Slime. Ist klar. Jetzt finden die die scheiß Viecher, ne? Wenn man es nicht mehr braucht, dann findet man die drecksten Dinger. Massenweise. Sterb, komm. Aber irgendwas konnte man doch mit Magma-Slime aufbraun, ne? Ja, irgendwas konntest du auch machen. Ich glaube, braun. Ja, ich sag dir, man kann da eigentlich mit braun. Du braun. Und ich kann dich damit hauen. Ja. Ich kann dich auch hauen. Damit. Ich kann es dir auch sonst wo hinschieben. Oh, da stehst du ja drauf. Hast du selbst gesagt. Oh no. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Ja. Diamantenferderrüstung. Und zwei Goldferderrüstung. Ist klar. Das ist so oft da drin. Ja. Boah, wo ist die? Ich bin gekürzt hingegangen. Ach, Mann. Und eineinhalb Minuten noch. Ja. Ich hake einfach gleich das verdammte Ziel ab. Eigentlich musst du ja dir gehören. Ja, aber das ist ja auch komisch. Irgendwie packt das ja rum. Mhm. Das finde ich ja dann nicht lustig. Du findest gar nichts lustig. Alles, was ich lustig finde, findest du nicht lustig. Ah. Ich weiß, ich bin wieder gemein zu dir. Ja, das spackt wirklich rum. Das hatte ich schon wieder Herzen. Du bist so kacke, Mann. Das kotzt mich an. Nichts, nichts ist scheiße. Findest du? Bist du gemein zu Mietz, Mietz? Nee, das ist einfach nur gemein. Das ist voll die Verarsche hier. Ja. Ich fange jetzt nochmal an den Fisch. Gehe nochmal Mietz, Mietz hinterher, aber dann ist Ende Gelände. Ende im Gelände? Ende Gelände. Wow. So was kannst du sagen? Ja. Individuum auch. Ja? Ja. Genauso wie Johnny die schweren Worte sagen kann, aber die leichten nicht. Genau. Weißt du das noch? Das ist auch normal. Das ist halt so. Nein. Weiß jetzt hier mal bitte noch einen Fisch an. Hallo. Bitte. Bitte. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Spark Challenge. Ciao, ciao. Tschüss. Hoch. Tschüss.